Vor allem kann ich euch jetzt schon versprechen, der Timo wird so einer sein, der irgendwo hängt. Der wird hier hocken, der Typ, safe. Garantiere ich euch. Warte auf, ich darf euch jetzt. Ich lehne den jetzt weg. Bin ich nicht der Gott? Ich bin der fucking Gott. Hab ich doch gecallt. Nee, aber keiner hat mir geglaubt. Naja. Oh nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Nein. Sorrow is my own yard, where the new grass flames as it has flamed often before, but not with the cold fire... Alter, dieses Game ey, das ist so cancerous ey. Guck mal, der macht die Cutter aber kaputt ey. Ne, die Gangplinger ist halt auch gut. Wie gesagt, das ist halt der einzige der in dem Game gefarmt hat, das merkt man halt auch. Der ist jetzt hier zum Beispiel, wir spielen aggressiv so. Kannst du auch was machen, Meckel? Ja. Hey, den können wir auch noch kennen. Kappa. Ja Virgin ist fast dort Ja wahrscheinlich oder Ja alles klar Töte einfach mal 3 Leute instant Cool Hört ihr mich noch? Hallo? Ich hatte gerade einen lag alter Fuck Telekom alter Fucking Telekom Saustere Schuhe und die Wache Also gehst du voll auf doppelte Penetration Doppel Penetration ist doch das Geilste Hab da noch nicht so die Erfahrung mit Oh ne Witzen ey, manchmal ne Da denkst du schon so, yo ne Ich bin erwachsen, 28 Jahre alt So in ein, zwei Jahren hab ich vielleicht mal ein Kind Und dann sag ich so weit on stream, weißt du Oh man ey Ich glaube die kann mich sogar nehmen Lustigerweise die wählen Oder? Oder hab ich ne Macke? Ja du hast ne Macke Ich glaube ich hab eher ne Macke, ja Ok, also ich weiß nicht Sind wir hier bei 50 Shades of Grey Oder warum lässt die Krabbe sich so verprügeln Boah Weil der mich angeschrieben hat Hab ich nicht auf mein scheiß Game geachtet ey Boah, Junge ey Boah, wer auch immer das war ne Der ist gleich von meiner Lüste runter Aber safe ey Die heck Oh Gott, ich wusste es, Alter Ich bin noch extra näher ran gelaufen Oh Gott, bitte schieß mich tot Nein Guter Und der ist der ist dem der ist der ist der ist der ist der ist Hi Total worth, total fucking worth Oh war schuldig schön. Über zwei Damen im Arm, zwei Arme im Darm. Wenn man danach lebt hat man ein erfülltes Leben Danke für die Lebensweisheit alter War sehr zu schätzen Was ist der Plan jetzt hier? Hier kommen gleich die Jinx rein Die wird dann weggeburstet Warte mal wir können noch eine Kapsel aufmachen Was haben wir da wohl drin Tolles? Mensch ich bin schon richtig hyped darauf was ich kriege Leute seid ihr genauso hyped wie ich Also ich bin richtig hyped Ich bin richtig hyped Master Yi den hab ich mir schon immer gewünscht Nunu auch richtig geil und Heimerdinger Mann Wahnsinn ist das geil Ich kann mir nichts tolleres vorstellen als diese Champions Richtig nice ey Oh Okay Riot Okay Läuft bei euch man richtig knusprig läuft der bei euch Ich mach einfach 40 Milliarden Schaden Unfassbar ey Schwierig zur Zeit die Leute sind übel anstrengend gerade Kapell was los ist Ja wahrscheinlich falls sie sich in die Hosen scheißen Hättet ihr keine Weihnachtsgeschenke kriegen Scheiß Katharina Fotze ey Surprise Motherfucker Komm zuhause Hör auf zu lachen Micky Hör auf zu lachen Alta Hör einfach auf zu lachen EY Hör einfach auf zu lachen EY Wirklich du scheiß Arschloch EY Ich hab t Hör einfach auf zu lachen Micky Ich fahr ich jetzt zurück MMM NAH Na oh Na ripp Wach kein Na komm ich opfei mich ne Na OH Oh mein Gott OMEIN GOOOOOOT ZIYLAS Oh mein Gott Alter Fünf Mann Shockwave Auf Wiedersehen Junge Die hat es ja riesig zerscheppert Nein 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 Nee Nein Mann Untertitelung des ZDF, 2020